Und jetzt gibt es auf dem Eis noch eine Ehrung für die Thomas-Sabo-Eistigers als beliebtester Klub in der deutschen Eishockey-Liga. Und dann haben die Thomas-Sabo-Eistigers bei einer Umfrage abgeschlossen, was alle Bereiche betrifft. Den Fanbereich, den sportlichen Bereich, den Medienbereich und, und, und. Alles rund um den Klub, das hat eine Umfrage ergeben. Und dafür gibt es jetzt diese Ehrung hier auf dem Eis für die Thomas-Sabo-Eistigers. Untertitelung des ZDF, 2020